Und hier geht's in eine coole Hölle rein. Das Sturmgewehr könnte ich vielleicht wirklich gebrauchen. Gucken wir mal. Hier ist irgendwo eine Kiste. Oh, das Sturmgewehr ist ja viel zu teuer. Ich muss mir billiger halten. Und hier nach... Wie viel ist denn Schrot-Munition hier? Ah, 12 Schuss kostet... Ah, das ist ja billig. Gut, dann hole ich mir Schrot-Munition. Was nehmen wir da für eine Schrot? Was kannst du denn für eine Schrot empfehlen? Oh, cool, Pilze. Ah, ne, weiße Blätter sind das. Ich glaube, ich kaufe mir einfach noch die hier. Weil ich glaube, die ist ganz gut. Also hier ist es schon relativ laut. Dann machen wir mal einen Aufsatz. Was machen wir denn da? 80 Rotpunkts oder Reflex? Reflex. Dann machen wir noch ein erweiteres Magazin rein. Und dann machen wir noch... Ne, Farbe lasse ich mal. So reich bin ich jetzt auch nicht. Ähm. Wie viel kostet das? Sie haben ja auch keinen Luft. Aber RPG-Munition. Wie viel kostet das? Äh, Raketen. 12.000 pro Schuss. Lalalalalala. Auch lächerlich hier. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Haben wir noch was billigeres? Das ist der komische Brief. Ah, ein Bogen gespillig. So. Schauen wir mal, ob da die Maske ist. Gut. Ich hab jetzt eigentlich... Wo ist denn diese blöde Maske? Nur noch billige Waffen. Okay. Wo ist denn diese blöde Maske jetzt? Mach's denn du. Hast du keine Ahnung mehr oder was? Lass mal den. Ich will's irgendwie machen. Ja, Profi. Ich weiß wie das geht. Ah, hier ist noch ein Zettel? Der Profi weiß wie das geht. Der Profi weiß wie das geht. Schauen wir mal. Die Maske ist essentiell für unseren Spielfortschritt. Ich seh die Maske. Oh. Da drinnen? Ja. War in der Zelle. Ah, okay. Gut. Okay, dann geht's weiter zu unserem Außenposten. Ja. Alter, der ist ja nicht viel weit entfernt. Ah, übrigens, ich hab eine neue Schrotflinde. Warte, warte, warte. Okay. Nein, du läufst genau in die falsche Richtung. Ja, deswegen geh ich jetzt in die andere Richtung. Na, schau mal hier, die Dach hab ich jetzt. Cool, oder? Ja. Ja. Okay, los geht's. Wir sind die Richtung nach vorne. So irgendwelche komischen Tiere. Schweine, glaub ich. Brauchen wir nicht. Greif die an? Bist du aggressiv? Ja, fast nicht. Ich glaube, der wollte mich angreifen. Er wollte mich angreifen, Herr Richter. Glauben Sie mir durch. Ich töte sie jetzt auch mit Messer. Wir rennen ungefähr so schnell wie ich. Karma Event. Scheiß auf Karma. Niemand sagt Scheiß auf Karma. Toll, in eine Bombenfeuer reingerammelt. Ja. Ja. Sehr gut. Man hilft, wo man helfen kann. Nö. So, ab geht's. In Richtung Außenposten. Äh, ja. Irgendwie hab ich Angst, dass ich jetzt verrecke. Ich auch. Ja. Ja. Ah, ich hab noch ein kleines Health Bar übrig. Ja. Ah, ich hab noch alles. Und da vorne ist ein Helikopter. Sehr schön. Irgendwo. Oben. Gewesen. Uh, nicht gegen Bäume. Nicht gegen Bäume. Nicht gut. Hä, wo ist denn jetzt hin? Da war da grad irgendeiner. Ah, da vorne. Ja, ja. Ich bin gegen einen Baum. Sehr gut. Ich hab noch alle. Ich hab... Bin perfekt geflogen. So, der Sponsor dann bei mir auch ein Helikopter. Ja. Das ist ja ganz praktisch. Huch. Wow. Du hast mich einfach an und vorfühlen. Ha, ha, ha. 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 Du hast es um mehr oder weniger. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gespawnt und tot. Ha, ha, ha. Oh Gott. Du hast mich böswillig abgerorben. Und jetzt hab ich böswillig abgerorben. Die entdecken mich aber schon. Die haben mich entdeckt. Die sind so schade. Oh, jetzt kriegt ihr schon Schaden. Ach, Alter. Hey, jetzt mag ich mir das. Da vorne ist auch ne Maske. Ah, Alter. Die hat jeden Tag schon verstärkt. Was hast du gemacht? Ich sammle erst mal die Maske ein. Das ist ja hier total Profi. Ich komm dann gleich zur Verstärkung. Ah ne, da geht's irgendwo runter. Alles nur Profis am Berg. Endlich darf nur mein Profi sein. Keine Arbeit. Nicht wahr? Ja. Ich greife einen Tiger von Roman Haar. Sehr gut. Ah, scheiße. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wie geht das denn? Ich spawne dann gleich mal. Irgendwie ist die Macht als Striper unereignet. Oh Mann, ich hab den schönen Tiger da erlegt. Und dann falle ich runter. Oh Mann. Ist die da vorne? Ich hab ja keine Fetty an Baffe dabei. Warte, ich spawne gleich. Kein Takedown. Kein Takedown. Kein Takedown. Kein Takedown. Au, au, au. Ich hab nur noch einen entdeckt. Ich hab nur noch einen entdeckt. Weil du so ne Scheiß Waffe hast. Nein, meine Waffe ist gut, aber ich habe keine Heilspitzen mehr. Ich helfe mir nicht, ich muss es plündern. Okay, ich muss meine Spaß raus holen. Ja, klar. Na komm. Okay, jetzt haben wir ordentlich was zu tun hier. Ich hab's. Ich muss mal flammen. Scheiße. Ah, nein. Oh, diesmal wieder. Da ist noch irgendwo einer. Ich sehe ihn aber nicht. Okay, ich lade nach. Und... Oh, da vorne. Der Spaß. Geht's los. Oh, gut, zwei Archer. Ich bin echt nicht die Arme gelaufen, sonst. Das war geil. Warum bewegen die sich eigentlich immer so viel? Ich hasse Fettys. Ich hasse Archer. Ah, es kommen noch welche. Sehr gut, wäre auch langweilig ansonsten. Du bist nicht hier! Da plündert er erstmal in ganz in Ruhe. Und ich reißer Propaganda ab. Aua. Hast du Spaß? Ja. Dann brauchst du die Spaß. Ah, ja. Ja. Ich hab's ja immer noch gar nicht. Ich hab's ja immer noch gar nicht. Ich hab's ja immer noch gar nicht. Ach wann. Ja. Jawoll. Blub blub. Ah, schön. Äh. Ach ja, die Spaß. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich zu einem Glockenturm. Sobald wir hier wieder aufgeladen haben etc. Oder wir machen das Ganze im Meistermodus. Das ist Meistermodus hier. Ja. Wenn hier irgendwelche Raubtiere frei rumlaufen. Ich habe gedacht, du brauchst noch Tigerfälle. War ich so nett? Nein. War ich so nett? Ich hab gedacht. Ich brauche ja keine Tigerfälle. Ich brauche ja keine Tigerfälle. Ich brauche ja keine Tigerfälle. Ich finde, dass das nicht gut ist. Kann ich gar nicht verstehen. Das Problem ist, ich habe keine Bogenmunition mehr. Ja, das ist schlecht. Scheiße, die kommt hier hoch. Keine Angst, ich hilf dir. Danke. Okay, also der Tiger ist tot. Na super. Ich komme, ich komme. Verdammt. Vorne ist noch einer. Ja, ich glaube ich habe ihn. Okay, gut. Okay, vielleicht brauche ich ja tatsächlich Tigerfälle. Fast nicht. Doch, doch. Brauchst du. Ich habe das in deiner Statistik gelesen. Ah, ja. Okay, natürlich. Was ist das denn? So, jetzt muss ich aber hier neue Munition holen. Ja, warum muss ich auch? Gleich. So. Hallo. Warum kann ich dich nicht heilen? Ach, warte mal. Doch. Oh, man tut sich doch mit Steuerung heilen. Ja. Hier will er sich nicht heilen mit Steuerung. Kann es sein, dass meine Steuerung passt? Wenn sie nicht antworten kann, kann sie nicht antworten. Ah, so. Ja, zack, zack. Ah, was für eine Waffe? Komm, erzähl mal. Äh, keine Ahnung, was für eine Waffe ist. Ach, keine Ahnung. Ich habe alles. Das gehen wir hier erstmal an, Glockenturm. Das wird wahrscheinlich hier noch nicht so... Ich habe eigentlich alles. Wild. Ich habe alles. Sag einfach, welche. Ach komm, ich nehme jetzt noch eine. Leise Waffe. So. Einfach rausgeziehen. So. Mhm. Da vorne ist auch eine Maske. Unten, äh, Helikopter. Oh, ein Helikopter. Das klingt gut. Da muss ich erstmal mit dem Winging Suite los. So. Das ist aber nicht die Maske von vorhin. Ach. Doch, ist es. Haha. Warum kann ich keine Steuerung drücken? Warte mal. Äh, du musst mich jetzt gleich mal anschließen. Hm. 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 Ach, okay. Ach, ich steuere. Ach, ich steuere. Ach, ich steuere. Okay. Also meine Steuere. Ah, dann ist ja gut. Egal, du darfst mich gleich mal anschließen. Ach. Vielleicht zeigt's einfach mir die Helf war nicht richtig an oder so. Wer weiß, wer weiß. Wo genau bist du eigentlich? Wo genau bist du eigentlich? Unten. In der Höhle. Warte mal, was hier ist. Eine Maske. Ah, ich hab sie schon. Okay, wir können wieder gehen. Aua. Oh. Jetzt hab ich durchs Leben verlieren, hab ich mehr Leben bekommen. Ja. Ja. Also ich glaub das war ein Anzeigerseeler. Ja. Okay. So hier mein die... Spaß. Ah. Ich mag die Spaß. Ich mag sie nicht. Hm. Ist natürlich nicht deines Stückchen, aber wir können es auch laufen. Da oben hin müssen wir. Ah, jetzt ein schöner Fluss. Es gibt die Munition... Ah, jetzt ein schöner Fluss. ...kostenlose Munition nachzufüllen. Indem man einfach so ein komischer Truck fort, so eine jüngle, royale Pracht einfach sichert, dann kriegt man nämlich komplett alle Munition kostenlos nachgeladen. Aha. Also falls jemand irgendwie Lust hat, sich mal ein bisschen Raketenwerfer und so zu spüren, weil die Munition ist eigentlich nicht neuer. Ach, verdammt, ich wollte den Schredder ja eigentlich gar nicht verwenden. Naja, egal. Alter, wie viel hält denn der scheiß aus? Ja. So ein blöder Wiesel oder was das sein soll? Nein, der ist ein Asler. Warte. Hahaha. Der hält auch viel aus, ja. Ich hab den weggeschreddert. Ja. Sehr schön. Ich bin schon wieder fast so. Wie so einem hässlichen Tier. Was genau machst du eigentlich hier? Ohne Klacks, wünsch dir heute. Hier liegt einer. Naja, brauch ich gar nicht mehr. Okay. Als hab ich eine Schrotmoodie verbraucht. Nur wegen diesem Scheißdreck, ey. So ein Müll aber auch. So. Brauchen wir ein Auto. Ah, da vorne steht ja eins. Nein, ich wollte... Wie weit ist es doch jetzt gar nicht mehr, oder? Ich wollte mich nicht mit dem Winx. Pfff. Hier ist erst ne Ah, da oben. Nein, ich will, ich will einsteigen. Hallo. Nein. Jetzt kann man doch zu Fuß gehen. Nein, da kann man nicht. Kann man nicht. Ja. So. Man braucht schon ein Auto. Ja. 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 Ja.